Wir haben jetzt diese Wasserschale hier, wo sich das Wasser bewegt und ja, hier ist jetzt die Große, die Kleine haben wir leider nicht hinbekommen. Und ihr seht dann, dass sich das Wasser immer bewegt, ich saue das ein bisschen. Das ist echt schwierig irgendwie. Das ist echt, also ich krieg's mehr wahrscheinlich. Und dann müssen wir halt eben das richtig anfeuchten mit den Händen, aber es ist ein bisschen cool, wenn sich das Wasser so bewegt. Das reicht, was? Bitte mal? Das reicht auch? Ja. Mal halt dich an, ja? Kannst du alles machen, ja. Ja. Ja.